Ein Penner grast am Rheinufer, gleich neben dem Bundestag. Da kommt Nobert Blüm vorbei und fragt den Penner, warum er denn Gras isst. Darauf der Penner, ich hab kein Geld und kann mir nichts zu essen kaufen. Blüm gibt ihm einen Zwanziger und sagt, er solle sich was zu essen kaufen. Am nächsten Tag grast der Penner wieder an derselben Stelle und Genscher kommt vorbei. Gleiche Frage, gleiche Antwort. Der Penner bekommt von Hans-Dietrich Genscher einen Fünfziger, damit er sich was zu essen kaufen kann. Einen Tag später grast der Penner wieder am Rheinufer vor dem Bundestag, als Edmund Stoiber vorbeikommt. Gleiche Frage, gleiche Antwort. Darauf Stoiber, das ist für eine Fahrt auf die andere Rheinseite, da ist das Gras noch höher. Schlaf im 21. Jahrhundert Gratisbuch von größtem Kanal zum Thema Schlaf bei YouTube. 260 Seiten in Softcover, Sprache, deutsch renommierte Autoren, alltagstaugliche Schlaftipps, die Hauptursache fast aller Schlafprobleme, wie du in einem gesunden Schlafrhythmus findest, alles zum Thema Träumen und vieles mehr.